Was haben wir noch, was lässig ist? Was Newcomer nicht? Chivo Club. Chivo Club, Bombe! Chivo Club, deutsche Marke, bunte Sachen kann man tragen, oder? Kann man ja, aber für den Sommer passt es auch. Ja, für den Sommer ist Chivo eigentlich genau das Richtige, was man machen kann. Sehr Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Sonnenbrille runter, ich muss nicht unbedingt noch unsympathischer sein, als ich eh schon bin. Freunde, was machen wir? Dritte Ausgabe des Formates, des geliebten Formates, Hype ist zu erfundenen Modemarken befragen. 32 Grad in Wien, was machen wir? Teppert ein YouTube-Video drehen, allein dafür, dass ich nicht im Freibad bin. Auf jeden Fall schon mal ein Like da lassen, liebe Freunde. Und schaut auf Instagram vorbei, macdobeme. Da gibt es vielleicht heute noch ein Foto des heutigen Daneetages, ihr wisst Bescheid. Wie der Titel eh schon verratet, wir gehen zu irgendwelchen Leuten, die sich Modeexperten schimpfen, wir haben hier das perfekte Pflaster. Wir sind auf der größten Einkaufsstraße Wiens, der Maria-Hilfer-Straße. Ich werde dort irgendwelche erfundenen Modemarken nennen und wir werden gleich mal schauen, ob die Leute dann darauf einsteigen und sagen, na tut mir leid, die Marke kenne ich nicht. Oder ob sie so tun, als würden sie die Marke kennen und sich da komplett in einen Strudel reinreden. Wir werden gar nicht mehr länger quatschen, suchen wir uns gleich mal das erste Opfer. So Freunde, neben mir steht der? Maxi. Maxi. Max und Maxi. Perfekt, super. Wir drehen heute ein Video zum Thema Mode. Ich habe einfach ein paar Fragen, was feierst du? Ich sehe bei dir gleich direkt einmal Stüssi. Stüssi ist so mehr Skate-Marke. Feierst du Skate-Marken? Ja, also bei mir geht es nicht unbedingt um die Marke. Ich mag halt das Design oder wenn es etwas Eigenes gemacht ist. Zum Beispiel die Kappe aus Japan, selber handgemacht. Okay, cool. Das ist Papier. Ich finde es schön, wenn so kleine Details dabei sind. Die es halt special machen und besonders machen. Also du stehst auch auf Newcomer-Marken? Ja. So in der Street-Szene geht ja gerade voll ab Thunder in Head. Wie feierst du das? Das habe ich noch nie gehört. Hast du noch nie gehört? Okay. Ja, die geht gerade ziemlich ab. Aber so, Essex gehen natürlich immer chillig zum Tragen. Mega chillig zum Tragen. Was ich auch feiere, sind die Schuhe von Heupel Apparel. Die finde ich halt, die sind eher chilliger, gell? Ja. Kann man tragen, muss man aber nicht unbedingt. Sind nicht so dein Style? Nein, ich weiß es nicht. Ich habe sie einmal angezogen gehabt und... Ja. Fühlen sie nicht so gut an, gell? Nein. Muss man auch irgendwie dazu passen. Voll, da muss man... Ja, die machen halt also Heupel Apparel. Die sind designtechnisch auch irgendwie so ganz eigene Geschichte, finde ich. Also bin ich voll deiner Meinung. Kinderjob-Club ist da schon besser, wenn es um die Hosen geht. Weil die sind so baggy, die sind chilliger. Hast du dir schon eine geholt? Aber schon überlegt, weil chillig sind es halt schon. Ja, ich bin halt echt nicht so ein baggy Mensch. Okay, okay. Ich bin halt entweder so kurze Hose oder halt so ein bisschen engere. Ein bisschen enger sind es auf jeden Fall nice, ja. Was feierst du noch für Marken? Schwierige Frage. Ja. Ich bin nicht großer Adidas-Fan. Okay, Adidas. Keine Ahnung, sehr viele Vintage-Sachen finde ich sehr geil. Weil ich weiß nicht, ich mag halt den Ärmelprint, den sie halt rausgebracht haben. Adidas hat jetzt gerade erst mit der deutschen Marke Brother Must Go was gemacht. Die haben jetzt eine Kooperation gehabt, die war mir zu bunt, ganz ehrlich. Also ich weiß nicht, wie hast du diese gefunden? Hab ich nicht gesehen. Hast du nicht gesehen? Okay. Man muss auf jeden Fall noch abchecken. Okay. Sehr, sehr nice. Brudi, was sagst du, wenn ich dir jetzt sage, dass alle Marken, die ich dir gesagt habe, erfunden waren? Ich habe doch irgendeinen Scheiß gekriegt. Aber wohl gut, perfekt. Was redest du? Mega cool. Na, wir machen so ein bisschen Pranks. Danke vielmals fürs Mitmachen. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. So Freunde, weiter geht's. Neben mir steht der. Matz. Hallo. Matz, freut mich sehr. Wie Schachmat. Perfekt. Ich hoffe, das machst du mit mir nicht in diesem Interview. Wir quatschen über Mode. Ich sehe, du bist modebegeistert. Ich sehe da einen Standard Snipes Cap, K-Line Sun, Lacoste Schuhe. Ah, viele haben wir da am Start. Also du bist auch so mehr Street-Style unterwegs, das ist so. Und da kennst du dich auch, würdest du sagen, weil du dich beschäftigst damit. Auf jeden Fall, ja. Bist du auch so ein Fan von Newcomer-Marken? Ähm, ich bin eher altmodisch, glaube ich, was das betrifft. Altmodisch. Aber Newcomer-Marken, wenn die Kooperationen machen, kennt man natürlich. Müsstest du mir jetzt zum Beispiel... Ja, was ich lässig gefunden habe, das hat, glaube ich, eh Gott und die Welt mitbekommen, das war nämlich auch mit Lacoste. Pfizer hat ja was mit Lacoste gemacht, das ist mega cool. Ehrlich gesagt klappt nichts. Okay, okay. Aber OB hast du jetzt mitbekommen? Gibt es überall in Snipes? Ja, das auf jeden Fall. OB ist schon nice. Ja, das schon. Ich finde auch, die machen so coole Baumwolle-Sachen, die sich wirklich gut anfühlen. Sind so leicht used. Viele mögen das, wenn es leicht used ist. Magst du das auch? Auf jeden Fall, ja. Oder hast du OB lieber fresh? Ne, also ich habe nichts dagegen, wenn es zum Beispiel Second Hand ist. Also das ist auf jeden Fall sehr vertretbar, vor allem jetzt, wo eh schon so viel im Umlauf ist, was das Kleidung betrifft. Ja, ja, ja. Und ja, also ich habe jetzt nichts dagegen, wenn irgendetwas ein bisschen zerfetzt ist. Ja, ja, oder used halt einfach. Genau, ja. Na, Second Hand OB finde ich auch am geilsten eigentlich. Also das ist halt auch wirklich eine Geschmackssache, muss man auch tragen können. Was sagst du zu DB? DB muss man echt mögen, oder? Das sagt mir jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Okay. Aber OB ist so deine Marke, würdest du schon auch feiern? Ja, mittlerweile nicht mehr so, wie gesagt. Okay, früher mehr? Genau, ich versuche von dem Ganzen ein bisschen wegzukommen. Aber mit 18 habe ich das mehr getragen. Ja, 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 voll. Die ganzen Snapbacks und so. Ja, ja, fix. OB am Kopf kann man ja immer haben. Genau, genau. Kann man sich umhängen, schaut Wombe aus. Genau. Cool, nice. Brudi, OB ist OB. Ohne Binde. Wir machen da einen Frank. Ich dachte, du meinst OB. Alle Marken, die ich dir gesagt habe, waren erfunden. Der andere habe ich nicht gewusst. Das war schon mega gut. Das hat mich schon ein bisschen komisch vorgekommen. Danke vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast. Schönen Tag. Wie heißt sie auf YouTube, Instagram? So. Maximilian. Maximilian, genau. Maximilian. Schönen Tag dir. Ciao, servus. Ciao, ciao. Used OB. Second Hand ist das Beste. Hallo, grüß euch. Seid ihr jetzt der Maximilian Army? Ja. Nice, alles gut? Alles gut. Ich habe das Video schon mal gesehen. Heute ist es mega geil geworden. Heute ist es mega gut. Heute, du filmst eh jetzt gerade. Wenn der rote Punkt leuchtet, filmst du. Okay, liebe Freunde, wir haben die nächsten Jungs am Start. Ich bin da beim? Stefan. Stefan und der? Marcel. Liebe Jungs, ich habe es gleich am ersten Moment erkannt. Ihr seid auch ein bisschen modebegeistert, oder? Ja. Wenn ich so schaue, du hast Kappa habe ich gesehen, Nike ist am Start, Elements ein bisschen Skater-mäßig. Nikes zumindest. Der Rest? So, dass es wirklich aussieht. Genau. Euch ist es nicht wurscht, was ihr anzieht. Ja. Kennt ihr euch auch so ein bisschen mit Marken aus? Supreme, Adidas, Nike, Skate-Marken vielleicht auch? Man kennt sie. Man kennt sie. Also so ein bisschen Ahnung habt ihr ja schon. Ja, falls man sie hört. Ja. Was feiert sich momentan am meisten? Eigentlich eh Nike. Nike. Und ja, sonst soll eigentlich, was halt gerade gut ausschaut, oder? Ja, ja, ja. Was ich cool finde, weil Nike hat ihr ja jetzt, das habt ihr eh mitbekommen, die Kollabo mit Benson & Hedges. Schaut ja richtig nice aus, so leicht mit diesen cremigen Farbtönen. Finde ich eigentlich persönlich ganz cool. Wie taugt euch das? Wie hat euch die Kollabo taugt? Wenn ich ehrlich bin, habe ich es nicht so mitgekriegt. Okay, Benson & Hedges. Aber Thunder in Head habt ihr jetzt schon mitgekriegt. Die werden ja gerade mega gehypt. Thunder in Head geht überall in aller Munde. Die Leute haben schon überall auf der Straße an. Aber mir ist das zu bunt. Wie findet ihr das? Ich bin auch eher der Typ für die schlichteren Farben. Thunder in Head ist halt Geschmackssache. Muss man einfach mögen. Wobei A Drunken Story schon wieder tragbarer ist. A Drunken Story habt ihr vermutlich auch schon was zu Hause im Kleiderschrank, oder? Nein. Noch nicht so? Wäre da noch nicht aufgefallen, oder? Ja. Okay, Freunde. Sehr gut gemacht. Ihr habt das zugegeben. Wir fragen dann nach erfundenen Marken. Also sehr gut, dass ihr nicht einfach behauptet, so wie der Rest der Leute, dass ihr das alles kennt. Danke vielmals fürs Mitmachen. Danke vielmals. Schönen Tag. Ja gut, da haben wir zwei Ehrenmänner erwischt. Das wertet mein Video nicht unbedingt auf. Schauen wir, dass wir wieder Spasten finden. Liebe Leute, die ersten Mädels bei uns in der Runde. Ich stehe da mit der... Jelena. Jelena, freut mich. Und der... Caro. Caro. Wie man euch schon anerkennen kann, interessiert ihr euch für Mode? Ja, eigentlich schon. Ihr wolltet da glaube ich schon fast in den Footlocker einbiegen. Ist das auch so eure... Naja, wahrscheinlich schon mit Kappa Cap und so weiter. Also das hat sie einfach mit einem Kumpel bekommen, die Kappe, also ja. Die hat euch schon länger vermutlich, gell? Ja. Hat der auch eine Katze zu Hause oder hast du die Katze? Ich weiß nicht, ob ich eine Katze habe. Ich glaube nicht. Okay. Ja, wir fragen heute ein bisschen durch zum Thema Marken. Also ich sehe da schon, du trägst Fila und Kappa und die Marken erkenne ich nicht. Ja, ich... Normalerweise trage ich Markenklamotten auch. Nur heute Jugend nicht. Ja, es muss nicht immer Marke sein. Hauptsache es schaut cool aus. Am besten ist so die Kombination aus mehreren Sachen. Was sind so eure Lieblingsmarken? Also ich mag Adidas sehr gerne. Ja. Ähm... Kappa eigentlich auch. Kappa, ja. Ähm... Ja, vieles halt eben auch nicht schlecht, aber eine richtige Lieblingsmarke, glaube ich, habe ich jetzt nicht so unbedingt. Okay. Und was feierst du so? Was magst du? Ja, ich mag auch Adidas gerne. Adidas. Adidas geht einfach immer. Ja. Genauso wie Kinder Jock Club gerade voll kommt und immer geht. Oder für Sport passt es auch genau. Adidas. Ja, das stimmt. Das kann man auch so anziehen. Nicht nur für den Sport. Kinder Jock Club ist nicht nur für den Sport. Das ziehen wir auch so gerne an, gell? Eigentlich kann man schon mal tragen. Ja. Wie taugt euch Thunder in Heads? Das geht ja gerade voll ab. Das haben sie auch bei Footlocker jetzt. Habt ihr ja eh schon vermutlich mitbekommen, gell? Ja. Also, das haben wir Schuhe ich von der Mama bekommen. Und eigentlich kaufe ich jetzt unbedingt Schuhe, die jeder hat. Okay. Ich mag es nicht so gerne. Ja, ja. Verstehe ich. Ich meine, es sieht cool aus, sehr klar. Aber kaufen möchte, habe ich jetzt nicht. Also, die Marke feierst du jetzt nicht so, dass du es kaufen würdest? Zum Beispiel das gleiche mit Vans. Ich finde die Marke eigentlich ganz cool, klar. Aber was davon haben, tue ich eigentlich nicht. Ja. Vans & Hedges feiert ihr oder nicht so? Es geht, ja. Es geht halbwegs, ja. Was ich auch noch momentan mega cool finde, ist HIV. HIV ist viral gegangen, das mag eigentlich jeder, oder? Ja. Habt ihr was? Habt ihr HIV? Nein, ich weiß glaube ich nicht. Nein. Okay, okay. Ja, finde ich geht eigentlich immer ganz klar. Was haben wir noch, was lässig ist? Was new kann man nicht? Chivo Club. Chivo Club, Bombe. Chivo Club, deutsche Marke, bunte Sachen, kann man tragen, oder? Kann man, ja. Für den Sommer passt es auch. Ja, für den Sommer ist Chivo eigentlich genau das Richtige, was man machen kann. Obie, verwendet ihr Obie? Ähm, eigentlich nicht, also ich nicht. Okay, du? Auch nicht. Okay, cool. Mädels, all die Marken, die ich genannt habe, sind alle frei erfunden. Ja. Das war ein kleiner Prank. Scheiße, ja. Aber ihr seid die vierten, die heute drauf reingefallen sind? Mega, mega witzig. Danke vielmals, ihr es mitmachen. Ich wünsche euch auch einen schönen Tag. Danke, Jena. Dankeschön. Schönen Tag euch. Tschüss, Baba. Und wenn du glaubst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo Jelena und Caro daher. Perfekter Abschluss für dieses Video heute, Freunde. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr am witzigsten gefunden habt. Mein Favorite war der, der am liebsten OP Second Hand verwendet. War mein Favorite für heute. War mega, mega cool. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir, liebe Freunde. Wir sehen uns beim nächsten Video. Das war's von mir. Schaut auf Instagram vorbei. Max O wie mir. Wisst Bescheid. Bis zum nächsten Video. Das war's von mir. Euer Maximilian.